Heute ist ein neuer Tag mit Demos. Und zwar spielen wir heute Unrailed Demo. Loll, wie geil ist das denn? X oder Y, um dann... Ich finde den hier ganz nice. Loll kann sogar mit B ein bisschen sprinten. Nein! Willkommen im Tutorial. Versuche deinen Charakter mit L zu bewegen. Um neue Schienen zu craften benötigst du Holz... Ups! Bro! So, hat jetzt zwei Minuten gedauert. Um neue Schienen zu craften benötigst du Holz und Eisen. Nimm die Axt auf und mit A und fälle den Baum in dem du vor ihm stehst. Wiederhole dies nun mit der Spitzhacke um Felsen. Liege Holz und Eisen auf den Transportwagen und lass den Schienenwagen produzieren. Keine Ahnung. Sagt nicht, dass es sowas wie... ein Spiel, was ich bald starten will. Spoiler. So, davon geht nicht. Loll. 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 Geh. Okay, das ist geil. Der Zug wird mit der Zeit heißer und fängt Feuer, wenn er überhitzt. Jetzt baue er eine Brücke um Anni. Hä, das checke ich nicht. Okay. Okay. Ende. Erstmal einfach Ziele im Endlungsmodus ist es so weit zu kommen wie möglich Ich lese mir das doch nicht durch 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 Mann das möchte ich nicht Halt die Fresse spiel Gott Gut Dann machen wir Ich lese mir das doch nicht durch 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 Der Hackeholz ist noch besser. Oxfabon auffüllen noch besser. Roll. So. Danke. Warum renne ich eigentlich nach oben? Ja, um das da wegzutun. So renn. Nein. So renn. 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 Okay, Riff. Och man, die Grafik ist so... Bro, was ist das für eine Kack-Grafik? Da ist ja selbst mein Hintern nicer. Bro, jetzt endlich... Es tut mir so unglaublich leid, wenn das die ganze Zeit schon so war. Mit der Drecks-Grafik. Okay. Ok, Kothaufen. Nein. Ok. 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 Ich bereite schon mal ein bisschen vor und hole mir auch das ganze Holz. Und hole auch schon mal ein bisschen Stein. Ok. So, und den dann abstellen. Einfach irgendwie bauen. Äh, nein. Ja, Schien bauen. Ok. 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 Ich tue das Ding auch schon mal dahin, dass man es nicht verlieren kann. Ok. 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 das da auch noch hin. Nein. Nein. Oh Gott. Ok. Bam. Bam. Bro, was ist denn los? Hör auf wütend zu sein, sagt meine Mama zwar auch immer zu mir, aber ok. Ok. Zack. So, Bro, das sind Schienen. Bruder, schaffen wir. Nein. Eisen holen. Schnell. Naja. Shit, das war kein Eisen. No way. Renn. Zack. Und. Bruder, wir haben es gleich. Bruder. Bruder. Let's go. Let's go Let's go Was sagst du hierzu? Bro Wie kann ich den Kothaufen denn anbringen? Ich kann nichts nehmen Gebt nichts Wie scheiße ist das denn? Ich kann nichts nehmen Geht nichts Ja gut Weil die Scheiße es so will Ja killt die Tiere Die Nerven weil sie leben Bro nicht wieder dunkel Deine Mutter ist doch dein Vater Und scheiß Grafik So Deine Mut Nein Gottverdammtes Eisen Was heißt denn das? Ich bin kein Physiker Sorry aber juckt mich nicht Sorry dass ich dir dein Ding da weggenommen habe Aber ich hab's dir ja wiedergegeben Und das zählt nicht Ja ach ne Kann's Nicht geben Weil der Hund das nicht aufgenommen hat Digga der kriegt auf die Fresse Scheiße Scheiße Puh Okay Hab nochmal wieder Holz Gott Mann Donner das doch dahin Das ist Scheiße Und jetzt beende ich diese Scheiße